Der offizielle Adventskalender der Freiwilligen Feuerwehr Vatelberg. Heute zum 1. Dezember. Es heißt immer, diese Fragen heißt, welches auf die Freiwillige Feuerwehr Vatelberg im Schnippoer-Einsatz. Ich bitte die Bayerische Öffentlichkeit um einen Vertrauensvorschuss. Ich meine, ich verstehe diese Fragen. Ich verstehe diese Fragen. Habe ich das Hans-Einsatz, wenn ich darauf keine Antwort geben kann? Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bürger bloß umsichern. Der offizielle Adventskalender der Freiwilligen Feuerwehr Vatelberg.